Welche Medikamente haben Sie bisher eingenommen? Welche Medikamente haben Sie bisher eingenommen? Haben Sie besondere Ernährungsbedürfnisse oder Diäten? Haben Sie besondere Ernährungsbedürfnisse oder Diäten? Welche Beschwerden oder Schmerzen beeinträchtigen Ihre Lebensqualität am meisten? Welche Beschwerden oder Schmerzen beeinträchtigen Ihre Lebensqualität am meisten? Haben Sie in letzter Zeit viel Gewicht verloren? Haben Sie in letzter Zeit viel Gewicht verloren? Haben Sie in letzter Zeit viel Gewicht verloren? Welche Art von Sport oder körperlicher Aktivität bevorzugen Sie? Welche Art von Sport oder körperlicher Aktivität bevorzugen Sie? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren! Und gib uns bitte ein Like! Die Begrüffendung im Auschau Höre 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 Hal Höre Höre Vielen Dank.